Setz dahin und sei ruhig OOOOOOOH Pernutz mich und Peepackboy Präsentiert euch die Spiele Mach an ihr und sieb sich die Schelle So, klickst Daumen nach oben und klickst bis zum Ende, sag ich dir Sonst klatscht das So, du mach an die Kiste da Ich hab ne blaue, weiche färbe Ruff Da hast du schon mal drauf geachtet, wenn du abgeknallt wirst Was der für eine Farbe an seiner Waffe hat Näää Deswegen also Immer nur in der Kill Ja, genau Ich mein jetzt nicht in der Killcam so, wenn er halt abgeknallt wird, halt einfach Team Deathmatch Der Feind nähert sich, laden und entsichern Festlande Ich hab zwei Leute schon Wahnsinn Die Wunder, die war der andere Start auf jeden Fall Der liegt hier nur und wartet Das ist so ein typisch Call of Duty, ey Der wartet einfach nur, dass die Leute in diesen Gang hier reinrennen, das ist so schlecht Da ist die Hure, also nee Ich bin so dumm, ey Was ist denn der Lankerrand jetzt? Tod wahrscheinlich, wa? Na ja Das ist so ein Wichser, wieso? Wieso? Achso, der hat mich schon wieder gesehen Wie ich noch um die Ecke huscht bin Hat er mich gerade noch um die Ecke huschen sehen? Stopp Funktioniert nicht hier Er wird das Wie hat man so in der Hand? Das ist ja Blödsinn, das freut mich Also wenn du irgendwie als Granatenart oder da wo die Granaten sind, die zweite Granate, Blendgranate, Herzschlagsensor, das ist rotzell, da brauchst du nicht ausrüsten Musst du in der Hand behalten Okay, in der Hand behalten und dann explodiert die in der Hand oder? Nee, nee, das ist ein Herzschlagsensor Das liegt halt nur auf dem zweiten Granatenplatz Spielverderber Sehr schön Komm weg, nehm mal die Schrotflinte von dem Penner hier Feindliche Helikopterunterstützung in der Luft Boah, Gottes Willen, ey Was ist denn mit ihm? Achso, der ist wie der 11K hier wahrscheinlich Wunderbar, verstehe Verstanden Oh Gott Nee, nicht in die Claymore Wenn du jetzt übrigens eine volle Lehm hast Und in die Claymore rennst du Man ist nicht mehr in den Tod Das hat übrigens auch der Punkt verändert Ja, ich hab's gehört Scheiße, ich war grad mitten im Kampfgefecht Scheiße Gefecht Ja, das find ich auch gut, ehrlich gesagt Weil du rennst so oft in diese Claymore Weil das halt so ein schnelles Spiel ist Das passiert halt Was ist denn das eigentlich für ne Jetzt hat der die Waffe genommen Ich glaube, es hackt bei dir, Mann Boah, das ist einer von mir, meine Güte Ich hab mich verschlossen gerade Krass, hörst du da mal auf? Tief, 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 tief Krass, ey Nein, komm Nein Ich hasse mein ganzes Leben, Alba, wirklich Nee, nicht da Nicht da hoch Das sieht nicht gut aus Boah, da ist doch gerade einer rübergeraten Nee, warte mal Doch Nein Hast du richtig gesehen? Ich fast einschlafe beim Anvisieren Ja, 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 ist gut hier Ist gut hier, Freundchen Wir haben das doch alle schon durchschaut Hier im Spiel Sehr gut, Robert Sehr gut Boah, jetzt haben sie mich Jetzt abgeknallt, Alter Alter, er stand am Fenster da In dem Moment, wo ich reinsteigen wollte Natürlich Scheiße Aber bis dahin gar nicht verkehrt gewesen, ey Boah, nee, ich hau ab Ich frag mich auch, wie viel der Typ hat, Alter Im Leben Wahnsinn, dass viele haben Man, du siehst nur die Salven von links und rechts Dann rechnest du ja noch nicht, dass du von vorne beschossen wirst, ey Salvinator Ach man, warum denn? Was war das jetzt? Ja, und dann stirbt er natürlich wieder zeitlich Ich hasse dich Geh doch früher drauf, ey Na, mein Freund? Hast du gerade die Granate geworfen? Ja, und da hab ich dich abgeknallt, ja Ungünstig, wa? Was teilst du denn immer Luftraum nicht frei? Was will der denn? Na, dann ist er gerade irgendein Irgendein Ja, kannst du nicht, weil dort jemand anders Dann halt auch schon die Macht hat Das ist grüßloch, jetzt macht er die Welle ist Jetzt macht er die Welle ist Ich hab gerade mit dem Strike ordentlich, Rubik Alles gut? Fünffach Mehrfachabschuss Stand, ich hab das ja auch schnell ja nicht mitbekommen Fünffach Mehrfachabschuss stand da Waren jetzt fünf Leute Echt? Was? Warum nicht, wenn er fünf verstand? Muss ich mir mal ne Aufnahme nochmal angucken Hier oben Äh, ja Ja, nein, runter Nein, da Genau durch die Rippe Komm her, du Sau Wo ist die Sau hingerannt? Boah, DBT gehe hier gerade so ab Der Klux ist ja nicht Wenn das so bleibt, dann wird das hier eine epische Runde Rubik Naja, gut, als Ausgleich Ist nicht da Schon wieder, er ist immer noch da hinten Boah, wie im, wie im Spiel Wie bei Call of Duty, ja Ja Kamen sie mich echt nicht Komisch Krass Boah Was war das denn, Alter? Was hat er denn da Hatte da den C4, jetzt hat der drüber gefeuert Boah Rangst Geh weg Mal gucken, vielleicht ist das so der Play of the Round Ja Mal gucken, wer war bitte Schöne Schichten Boah, diese MP5 ist aber auch eine geile Waffe Ach komm schon Dass du die vorher schon entdeckt hast Ich spiel die ganze Zeit schon mit der Ah, ja Schön Ich spiel jetzt auch mit der Erstmal Oh, schon Äh Comeback Genau Mann, ey Weil ich genau Nein Ach, da steht das Arschloch Da steht das Arschloch Boah, hier geht es nicht durch Ich kriege einen Anfall Oh, ne Ah, sehr schön Na, bin ich einmal auf die Abschlussstatistik gespannt hier Was der jetzt anzeigt hier Oh, guck mal hier Bester Spielzug P-Berg-Boy Kick's dir an Den auch noch Ach, zeigen sie gar nicht mehr, okay Den habe ich wohl noch getötet eigentlich Boah, 24-8 Boah, jawoll Boah, das war wirklich eine gute Runde, ey Geil Ja, geht doch, siehst du So macht das natürlich Spaß Ja, die werden sich auch denken Wat für ein Nerd Ja, Wat für ein scheiß Nerd Der spielt bestimmt jahrelang nur Call of Duty War wahrscheinlich nur so ein Ausreißer nach oben So ein glücklicher Aber die MP5 ist echt doch Echt geil Mal gucken, wie lange sie gefällt Aber ist erstmal schön Ja Sagen wir mal, in der Runde war sie geil Ah doch Cool Bei der Abschussserie muss ich jetzt erstmal dieses Geschütz rausnehmen Kannst du das denn das hier Nimm den Radar rein Ab Level 29 kannst du insgesamt anstatt drei Extras, sechs Extras auswählen Bei den Abschusssälen? Ne Ne, bei den Waffen da Ja So, die Runde werde ich noch machen Ja, wir werden erstmal essen Ne Passt gut Bestellen wahrscheinlich Oh, ich freu mich schon voll auf Star Wars, ne? Ja, krass Warte mal, ist ja drei Tage noch? Oder zwei? Gibt's eigentlich schon Tests, ne, wa? Kommen erst noch? Ne, denke mal, die kommen erst noch Aber ist mir auch real, das wird mir gefehlt, äh, das wird ich gesehen habe, gefehlt mir und den, äh, geteilt mir von falsch Von 10er, soll man schon falsch machen Achso, du taustest ja dann ein, war direkt da Ja, eben Krasse, das ist nur, dass ich die Empfindlichkeit auf acht hatte, jetzt die ganze Zeit Echt? Ich glaube, äh, ich glaube, das liegt mir mehr, dass das einfach dann übertrieben schnell ist, irgendwie Ah, wieso nicht Erstmal weiter so zucken, hier Scheiß noch da oben, äh, du hast ja, sehr gut Ja, wenn ich da daneben gezielt habe, ey Ach, hier kommt man rüber Achso, ich dachte, hier kommt man nicht rüber Deswegen auch nicht hier Oh, oh Wo sind die denn? Wo sind die denn? Seid ihr langgegangen? Hier lang? Geh hier rüber Ah, hier seid ihr Oh, da ist noch einer Ja, sehr gut Die werden jetzt hier alle oben, oder was? Ja, da war noch einer Der hat halt doch gerade rausgenommen, dieses dämliche Schütz Warum sind das immer noch? Und dann kann der das immer nirgendwo platzieren, diesen Piss Ja, hast du da nämlich schossen mit deiner Scheiß-Schrotwinte, du Scheiß-Assi Oh, was war das? Ja, ey, ich hoffe, ihr habt es bald da vielleicht mal mit eurem Explosions-Oh Mann, geht auch in die Ecke, ey Ah, ich hab's geahnt Das ist... Der liegt einfach nur da oben und guckt hier in diesem... Ach Der liegt immer noch da oben, garantiert, ey Ja, jetzt ist einer da oben am... Ah, genau, ist klar Ja, auf diesem Vorplatz, da Da sind sie auf jeden Fall Ah, den hatte ich aber Wo der Vorplatz ist Echt zu sein Ja, schwer zu sagen, ein bisschen nicht Naja Vom Spawnpunkt nicht weit weg Jemand spawnt ja manchmal woanders Na, egal Ja, aber na, da wo wir am Anfang wahrscheinlich spawnen sind Der Gegner Meister war Naja, wahrscheinlich Ah, du Penner Wir Penner, besser gesagt Kommt noch einer Es kommt noch einer Kommt der denn hergesprungen? Kann man sich an den Geben rischen? Nee, kann man sich Alles ins Fenster Na, Frage beantwortet Oh, jetzt hab ich mich selber geblendet Nee, oder? Hab ich ein Glück Ich bin nur am Rennen hier Na, das hast du dir wohl so gedacht Kommt der hier reingerutscht Die Ohre hält Als wenn er der König wär Hat er den jetzt abgeknallt? Oh Mann Ja, brauchst du ja nicht versuchen Über mich rüber zu springen Du Hirsch Nein, nein, Assi Oh, du bist das Feindlicher Präzisions Feindliches, persönliches Radar online Lad nach Jetzt nehme ich meine eigene MP5 wieder auf Geh doch mal hier hoch Ey, der kommt nicht da hoch Das gibt's da gar nicht Kann ich sein ernst? Ja, komm schon Ja Diese Totenstille ist echt mit am hilfreichsten Muss ich sagen Ja Das ist wirklich Gut Was sind die denn hier? Aber sie dich Weder hören Noch auf der Also Auf dem Kompass Darum sehen Die war nicht nachgeladen Das ist nicht dein Ernst Oh Gott Das will Der steht hinter dem Vorhang In so einem Raum Ja Also das gibt's nicht Wie in so einem schlechten Film Ich hab keine Munition mehr Für die MP5 Ich kotze Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach Gott sei Dank Danke fürs Abschießen Ich hatte keine Munition mehr Feindliche Drohne online Äh Genial Äh Warum denn Jetzt kommt von da einer Hätte er noch Zwiesekunden später Hinter mir Nein Da ist eine Tür Scheiße Oh Öhrlich Gott bloß weg Da drüben Irgendwo war der Links Na Beep Ist der immer noch da? Ja Ich hab den noch echt gut getroffen Der ist fast Hinter uns Gemessert Ach du Scheiße Naja Mich wollte er auch messern Aber ich hab Danke Arschloch Ich hab in der Ecke gerannt Sprung Hätte mich nicht gewundert Wenn hier wieder einer Habe ich es bald mal Feindliche Drohne online Boah Da kommt es Wurde Gerade wollte ich die Tür zumachen Na komm ich schau mal raus Boah Oh die Granate Die kommt genau zurück Feindliches Geschütz Aktiv Nein 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 Ach man Jetzt von da Ist das nicht sein Ernst Das ist wie so Ey Dann komm ich dem Tod Da schon Und dann muss er Da natürlich hocken Oh wer hat ihn denn da erwischt Ey Ja ist klar Kommt reingesprungen Genau ins Gesicht geschossen Wenn ich ihn schon beschieße Genau Krass Hure Warum renne ich denn hin Zu der Granate Bin ich dann Oh Gott Das ist dumm Wahnsinn Okay Jetzt machen wir Bede noch schnell Inna macht vier Ne Bede machen jetzt noch vier Keds Und wenn die Winter Dann müssen wir innerhalb von Sekunden Ja Das würde ich auch mal sagen Einen hab ich schon mal Ach du scheiße Oh Gott hier Mann ich bin so ein dummes Arsch Ich krieg das nicht mal Der läuft mir doch schon Oh der Flinte da Jetzt bin ich echt noch mal draufgegangen Hier am Ende Besser Eißer Nur noch Ah ne das war nicht so gut Ach schade Oh Gott der Raff gar nichts Da das Anfall Der bleibt ja auch noch stehen Oh na Oh ja diesmal liegt es bei dir Jenshut Aber 10-11 geht noch Das ist noch okay Ja für Call of Duty Das ist halt täglich Keine Battlefield Maßstäbe Naja So naja schön Aber man Ich glaube man wird besser langsam Ja man kommt mehr Dann stimmt So naja schön Und Ja So naja schön